Wenn du Anfänger bist und noch ziemlich wenig Erfahrung im Bereich Kraftsport und Ernährung hast, wäre es sinnvoll, sich einen Trainer zu holen. Denn so kommst du einfach noch viel schneller an die Ziele und das Verletzungsrisiko wird sehr minimiert, da du einfach weißt, wie man die Übung richtig ausführt. Thema Supplements bei Anfängern. Ich sehe immer viele Anfänger, die mich fragen, was muss ich hier nehmen, was muss ich dafür nehmen, was muss ich dafür nehmen. Hört auf mit diesem Zeug, wie sie alle heißen, von Ectisteron, Türkisteron, diese ganzen amerikanischen Hardcore Booster bringen euch genau gar nichts. Beschränkt euch auf die wichtigen Dinge, ein schönes Multivitamin, ein gutes Omega 3 und ein Kreatin dazu und schaut auf eure Ernährung, da macht ihr viel mehr Erfolge wie mit diesen Scheißprodukten auf gut Deutsch gesagt und ihr haut euer Geld zum Fenster raus.